Moinsen, willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles um dieses Gerät, denn das ist das Formula Pro Elite von GSI. Ich bin sehr spät mit diesem Video und ich benutze das Wheel schon seit anderthalb Jahren. Ich habe mir aber gedacht, ich erzähle euch trotzdem mal was darüber. Das Für und das Wider, aber das wirst du nach dem Intro erfahren. Schauen wir uns das Gerät doch erstmal im Detail an. So, wenn wir uns das jetzt hier mal im Detail angucken, sieht das schon nach einem guten Brecher aus. Und es sieht auch schon gut benutzt aus nach anderthalb Jahren, muss ich sagen, wenn ich mir das hier gerade so ansehe. Nun wird wahrscheinlich bei dem einen oder anderen schon die Frage kommen, warum hast du denn das hier oben abgeklebt? Und hier oben ist das GSI-Logo drauf und ich persönlich fand das etwas zu aufdringlich. Nicht, dass ich die Marke nicht mag, aber ich habe so ein bisschen einen Spleen, Dinge, die so ein bisschen aufdringlich sind, etwas zu verstecken. Deswegen habe ich das GSI-Logo versteckt. Wir sehen nun also hier den Display, der auch schon ein bisschen gelitten hat. Der könnte mal wieder ein bisschen sauber gemacht werden. Und eine Kleinigkeit wird wahrscheinlich euch auch schon aufgefallen sein. Ich habe alle Sticker abgemacht. Ich mag das lieber so, wenn das komplett nackig ist. Ich brauche keine Beschriftung da dran, denn ich weiß ja, was ich drücken möchte oder was ich nicht drücken möchte. Und deswegen ist das hier alles ab. Ihr könnt hier an der Seite, könnt ihr fünf Knöpfe sehen, die ihr drücken könnt, die wirklich sehr, sehr schön sind. Also selbst nach anderthalb Jahren des Drückens und Benutzen fühlen die sich immer noch an wie frisch ausgepackt. Die haben einen ordentlichen Druckpunkt drin. Man kann sie schön feste drücken, sage ich jetzt mal, ohne dass man das Gefühl hat, dass da irgendwas kaputt geht. Also das ist wirklich grundsolide, was sie hier gemacht haben. Das hier drin ist auch irgendwie Alu, würde ich sagen. So in die Richtung. Das ist hier kein Plastik. Die Caps sind auch kein Plastik, sondern auch Alu. Und dann haben wir hier unten noch den kleinen, ja, Jumper? Flipper? Ich habe keine Ahnung, den Joystick. Nennen wir ihn den Joystick. Wir haben hier den Joystick drin. Der ist auch sehr gut. Das Einzige, was ich nicht so schön finde, ist die Drehbewegung, denn die Drehbewegung ist zu fein. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise mal Reifendrücke einstellen möchte mit dem Drehregler, dann springt das immer über und das ist etwas lästig. Also ich hoffe, dass Sie in den kommenden Versionen oder in den neuen Lenkrädern das hier ein bisschen besser gemacht haben. Der Funky-Switch ist es. Ha, jetzt haben wir es. Also der Funky-Switch hat in der Drehbewegung etwas zu leichtes, ja, Feedback, würde ich sagen. Die Drehencoder, die sind wirklich unglaublich toll. Die benutze ich auch. Die sind mittlerweile bei mir alle belegt und ich habe auf allen was drauf. Und was ich an den Drehencodern super toll finde, ist, dass man sie auch noch drücken kann. Also sie sind halt extra noch ein Push-Button. Bei mir zum Beispiel ist hier mein Pit-Stop-Menü drauf und hier unten sind dann einfach die Relatives drauf. Und das ist wirklich sehr, sehr toll, weil man da auch übergreifen kann. Man darf aber bitte nicht vergessen, das hier ist für große Hände gemacht. Also ja, ich sage mal, es wäre schon ganz gut, wenn du ungefähr so die Hände hast. Alles andere wird nachher ein bisschen kritisch und du kommst halt auch dann super schwer an die Button ran. Aber für große Hände ist das Ding hier auf jeden Fall ein sehr gutes Gerät. Ich weiß nicht, wie es mit kleinen Händen aussieht. Vielleicht gibt es da draußen ja jemanden, der das mit kleinen Händen fährt. Dann lass mich doch einfach mal wissen, wie das ist mit kleinen Händen, das Ding zu fahren. Wenn wir jetzt auf die Rückseite gehen, also hier vorne sehen wir ja, ist alles schön Carbon, ordentlich verschraubt. Griffe sind gummiert. Die sind auch nicht ganz so hart. Man kann schon sehen, man kann den Griff auch noch eindrücken. Also hier ist wirklich guter Grip dran. Und das hält jetzt auch seit anderthalb Jahren wirklich tippitoppi. Okay, wenn wir auf die Rückseite gehen, bei mir sieht man jetzt hier, ich habe meinen Adapter dran für meine Simmo Cube. Und dann wird dem einen oder anderen sofort ins Auge springen, dass hier dran noch was ist. Und mir waren die Shifter zu laut. Also wenn wir das jetzt hier mal abbauen, im Gegensatz zu dem, Also man hört fast gar nichts. Wir machen das jetzt hier nochmal an der Nahaufnahme im Ton. Also das ist ohne. Und das ist mit. Und das macht für mich einen großen Unterschied, weil ich persönlich nicht so ein großer Fan von lauten Shiftern bin. Und ich habe mir jetzt einfach hier, ja, das ist Klettband, was man so rumbinden kann. Also was normalerweise als Kabelbinder fungiert. Das habe ich mir in die richtige Größe gemacht und habe das dann hier zwischengeschoben, damit der das immer ein bisschen abdämmt. Und das funktionierte für mich einwandfrei. Und da gab es noch gar nichts weiter großartig zu sagen. Außer, und das ist auch noch so eine Kleinigkeit, die ich anmerken möchte, dem einen oder anderen wird wahrscheinlich auffallen, dass hier ein bisschen Schmiere zwischen ist. Bei mir war es leider so, dass beide Shifter gequietscht haben. Also hier dran, also hier zwischen hat das Metall gerieben an der Stelle. Also sowohl hier als auch da. Und ich habe das jetzt einfach mit ein bisschen Lithium-Grease, weil es ihn da rumliegen hatte, hatte ich das ein bisschen eingeschmiert. Und seitdem geht es eigentlich wunderbar. Und ich habe dazu auch gar nichts weiter zu sagen, weil es funktioniert wirklich tadellos und ich habe damit wahrscheinlich schon bestimmt eine Million Mal geschiftet mit den Shiftern und sie funktionieren einwandfrei. Also ich hatte mit dem Lenkrad seitdem her nicht ein einziges Problem. War nix. Und das war es zur Nahansicht. Gucken wir uns den Brummer doch mal beim Fahren an, würde ich sagen, oder? Schmeißen wir uns mal rein. Los geht's. Rein ins Auto. Mal eine gemütliche Runde drehen mit, naja, Schlappen. Heute unterwegs im Lamborghini. Ohne Handschuhe, ohne alles. Einfach nur mal für euch. Falls ihr euch fragt, was für ein Dash das hier ist, das ist ein Lovely Dash, heißt das Ganze. Denn Suzuki hatte dazu ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne dort mal angucken, falls euch das interessiert. Weil standardmäßig gibt es da nämlich ein anderes Tool von GSI, die sind auch sehr schön, aber ich mag das hier lieber. Aber drehen wir mal eine Runde. Wir fahren Standard-Setup Lamborghini. Oh, ich muss erst mal an meine Bremse. Und dann fahren wir hier mal ein Rundchen rum. Ganz entspannt. Auf Misano sind wir unterwegs. Aber wie ihr schon sehen könnt, das ist doch für meine Verhältnisse auch sehr große Hände, sehr groß in der Hand. Aber es tut sein Übriges, ne? Das ist, ähm, Was ich euch auf jeden Fall noch mitgeben kann, das wollte ich gerade sagen, ist die Daumen, ne? Nicht ganz rein. Das ist unschön. Am besten so ein bisschen auflegen. Aber das zeige ich euch nachher noch mal genauer. Wie ich das jetzt meine kann ich euch nur empfehlen, weil das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wie ihr seht, oben die LEDs funktionieren wunderbar. Bei mir sind sie jetzt nur nicht für den Lambo eingestellt, deswegen sind die immer voll, aber wie ihr seht, das Ref-Lite, die Kletterer PP, ist auch alles drauf. Was ihr auch machen könnt, ist, die LEDs anders belegen, das funktioniert alles mit SimHub, ist alles, äh, kompatibel. Das ist okay, das wird jetzt der Sinn. Das ist nicht so schlimm. Ich bin sehr entspannt. Gut. Was soll man jetzt noch, äh, was soll man jetzt noch großartig sagen? Wollt ihr euch das einfach nur noch mal im Einsatz zeigen, wie es denn aussieht, wenn man damit fährt? Was sich für einen Eindruck macht? Einfach nur mal einen kleinen Einblick über die Schulter sozusagen. Und dann gebe ich wieder zurück an den Tisch. Was kann man denn jetzt zu diesem Wheel sagen? Ich persönlich bin mittlerweile ein sehr großer Fan. Ich habe beim Auspacken, naja, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mich damit anzufreunden. Denn es gab für mich so ein ganz kleines Problem. Und zwar hat bei mir nicht wirklich der Display funktioniert am Anfang und ich hatte Probleme mit der Stromversorgung. Dafür kann grundsätzlich GSI erstmal nichts. Das hat super lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe, weil das war so ein bisschen versteckt, möchte ich sagen. Ich hatte Glück, dass ich Leute aus dem Chat dabei hatte, die mir dabei geholfen haben. Und ich konnte dieses Problem lösen. Das hängt aber nur damit zusammen, dass es zu AMD gehört oder mit AMD betrieben wird. Und ich habe das jetzt so lösen können, indem ich einfach einen aktiven USB-Hub genommen habe, wo dieses Wheel dran hängt. Das Einzige, was ich daran schade finde, ist, ich habe jetzt einen 7-Port aktiven USB-Hub, der nur dieses Wheel betreibt. Weil sobald ich etwas anderes da ranstecke, geht das Wheel einfach nicht mehr vernünftig. Das finde ich ein bisschen schade, da kann aber GSI nun wirklich nichts dafür. Das scheint irgendwas mit AMD zu sein und deren Chips als Treibern und USB und das ganze Handling, dies, das, ananas. Aber so habe ich es glücklicherweise hinbekommen. Das heißt, falls du irgendwann mal so ein Problem haben solltest, einen aktiven USB-Hub oder vielleicht auch eine aktive USB-Verlängerung, wo Strom dran ist, weil das Ding braucht ein bisschen mehr Strom. Was gibt es noch zu sagen dazu? Beim Greifen ins Lenkrad muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Das war für mich auch eine große Schwierigkeit, denn ich war früher, früher wohl bemerkt, so ein Fahrer, ich habe meine Finger immer verbunden dahinter. Also ich habe immer so gegriffen, wie so ein, ja, wie soll ich sagen, Fäustling, ja, Fahrradgriff, genau, Fahrradgriff mäßig habe ich gegriffen, aber das funktioniert mit diesem Wheel nicht wirklich sehr gut, weil die Handgelenke dann immer sehr komisch sind. Und so ist es besser, bei dem Wheel, bei Schwitz Reiser einfach nur den Daumen hier reinzulegen. Das heißt, die Kante hier drinnen sollte man, also zumindest das ist meine Erfahrung, sollte man hier zwischen liegen haben und dann ist das eigentlich ganz okay. Dazu muss gesagt sein, die Griffe sind exorbitant groß. Also die haben wirklich einen richtig bulligen Durchmesser. Das heißt, wenn du kleine Hände hast, ist das eventuell für dich nicht so cool. Vielleicht ist es cool, wenn du auf große Dinge stehst in deiner Hand, aber hier an der Stelle sollte man da wirklich aufpassen und gucken, ob einem das überhaupt liegt. Also nicht vergessen, die Griffe sind wirklich gigantisch groß und das Wheel ist auch gigantisch groß. Genau deswegen fahre ich das übrigens, weil es wirklich sehr, sehr groß ist, weil meine Schulterbreite gibt es immer ein paar Probleme mit kleineren Wheels, weil ich sitze dann bei kleineren Wheels sitze ich so und ich habe immer eine angespannte Brust beim Fahren und das ist super unangenehm. Das heißt, für mich ist alles, was über 30 Zentimeter ist, angenehm fahrbar. So 29, 28 ist schon kritisch und dann alles noch kleiner. Das ist super unangenehm zu fahren, weswegen ich davon ein sehr, sehr großer Fan bin. Was kann man denn jetzt so nach anderthalb Jahren sagen, der Nutzung? Mittlerweile ist hier irgendwie ein kleiner Fehler drin. Ich weiß aber nicht genau, woher das kommt, ob das an mir liegt, ob das an meiner Nutzung liegt, denn bei mir ist es so, dass mein Lenkrad mittlerweile innen drin irgendwo knackt. Also irgendwo hier drin knackt das. Und ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Also wirklich bei scharfen Kurven mit sehr viel Falsch Feedback hast du manchmal so ein kleines Knirschen hier drin. Das ist aber nicht so, dass ich das durch meine Kopfhörer höre, sondern ich spüre das einfach beim Fahren. Und das ist super random. Das hatte ich bei meinem vorigen Lenkrad, was ich von Fanatec hatte, hatte ich das leider auch. Da gehe ich dann eher davon aus, dass das an mir liegt und meiner Nutzung. Vielleicht war auch dieser Moment hier. Das ist schon wieder so. Oh, das hat weh. Oh, das wird richtig blau. Ausschlaggebend dafür, dass das daherkommt. Leider traue ich mich, das ganze Ding hier nicht auseinanderzubauen, obwohl ich das theoretisch könnte. Aber ich möchte es nicht kaputt machen. Und ich habe mich bis dato noch nicht getraut, das aufzumachen und da mal reinzugucken, weil, naja, es ist doch relativ teuer und manchmal, wisst ihr ja, hat man so einen Moment der geistigen Umnachtung und dann kommt da nur Schmubei raus. Nichtsdestotrotz, auch wenn es ein bisschen knackt, ist es ein ganz, ganz tolles Wheel für meinen Geschmack. Ein kleiner Hinweis auch nochmal an der Stelle bezüglich des Displays, der hier drauf ist. Den könnt ihr nutzen. und der zeigt auch alles vernünftig an, aber bei mir, weiß nicht, ob es bei anderen Leuten auch so ist, gibt es manchmal kleine Ausfälle. Das heißt, wenn du gerade am Fahren bist und es macht kurz an und aus, dann kriegt man das irgendwie schon mit. Warum das so ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Bei mir ist es so, ich muss die Brightness leider Gottes etwas höher stellen, weil ich eine Schulterkamera habe im Stream und das flackert extrem doll in der Kamera, wenn man die Brightness runterstellt und so taste ich mich da gerade ran. Aber die Brightness runterstellen ist meistens ein sehr guter Weg, den man gehen kann, weil je weniger Brightness du hast, desto weniger Strom muss über USB geliefert werden. Also an der Stelle auch vielleicht ein kleiner Hinweis dazu. Jetzt möchte ich aber abschließend nochmal was sagen zu Fahren mit einem Display auf dem Wheel. Ich habe das jetzt wirklich sehr, sehr lange gemacht und ich habe aktuell auch noch ein Dash oben drüber, was ich getestet habe. Das Video kannst du dir auch angucken auf diesem Kanal. Ich persönlich bin kein Fan mehr von Displays im Wheel. Aus folgenden Gründen. Das Lenkrad ist bei mir so auf Brusthöhe. Das heißt, meine Augen sind ja auf den Horizont gerichtet, also auf die Mitte des Displays und ich müsste immer weggucken, also runtergucken auf den Display und bin nicht mehr auf der Strecke. Was ja dazu führen kann, dass du ein paar mehr Fehler machen kannst. Nicht wahr? Dass du vielleicht dir in der Sekunde, die du wegguckst, vor dir irgendwer bremst und du fährst dann aus Versehen hinten rein. Das finde ich persönlich für mich etwas störend, was aber nicht bedeutet, dass das jetzt blöd ist. Denn man kann sich da ja trotzdem Informationen drauflegen, die man nur beiläufig mal braucht, wenn man vielleicht kurz in eine Box reinfährt oder bei Paul Ricard gefühlt die halbe Strecke auf der Geraden unterwegs ist. Ich finde es aber mittlerweile komfortabler, wenn man so sitzt und einen Dash oben drüber hat und genau das Dash von dem Auto abdeckt. Das liegt einfach mehr so, es liegt im Auge. Also würde ich mir jetzt nochmal einen Wheel mit einem Display kaufen? Ich glaube nicht. Würde ich Wheels reviewen mit Display? Absolut yes. Weil es gibt wirklich sehr, sehr schöne Wheels. Auch das hier ist unglaublich toll. Ich finde es spitzenmäßig. Würde ich es für mich als Privatanwender nochmal kaufen? Nein. Diese Frage wird übrigens relativ häufig gestellt, weswegen ich diese euch beantworten möchte und auch mitgeben möchte. Überlegt euch das wirklich gut, ob ihr ein Wheel mit Display kauft oder nicht. Denn es ist sehr, sehr teuer. Es kostet sehr viel Geld. Dieses Wheel hier kostet 1400 Euro. Das ist es allemale wert. Das steht außer Frage qualitativ, spitzenmäßig, Anwendung spitzenmäßig, Fahren seit anderthalb Jahren spitzenmäßig. Also es gibt nichts Schlechtes zu sagen, bis auf das mit dem USB. Aber lohnt es sich jetzt im Gegensatz zu dem anderen Wheel, was beispielsweise ohne Display wäre, was 980 Euro kostet, ob man jetzt den Aufpreis von 500 Euro für ein Display ausgeben möchte. Und damit kann ich euch nur auf die Reise schicken für die ganzen großen, äh, großen Menschen da draußen mit solchen Kreuzen, die wirklich einen ordentlichen Griff haben mit ihrer Maurerkelle. Das hier ist eine absolute Empfehlung für Menschen, die groß sind, breite Schultern haben, viel greifen, hart greifen. Das ist es. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, davon gibt es mehrere Versionen. Eine für 980 Euro, das hier für 1400. GSI, solides Produkt, 9 von 10. Und damit möchte ich das Video beenden. Schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, ob du selber auch einen GSI wheel fährst, ob du mit Display fahren würdest, ob du ohne Display fahren würdest, und ob dich das überhaupt reizt, dir so ein Apparat für das Geld zu holen. Denn das ist wirklich eine Stange, Stange, Stange Geld. Und das darf man immer nicht vergessen für ein Hobby. Lass mich das doch gerne mal wissen. Lass ein Däumchen da und abonnier den Kanal. Und dann wünsche ich dir einen unglaublich schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Bis den Dansen. Lass es dir gut gehen. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.